Hallo YouTuber, es geht hier weiter mit der nächsten Kanalvorstellung. Heute ist Sonntag und hier gehen wieder welche raus. So, dann fangen wir auch gleich an. Wir wollen ja hier keine lange Rede machen und fangen an mit MrNightmareLP. Ja, wollen wir gucken. Einmal seit Neuladen und wir sehen, größtes Scheiß überhaupt, das Video startet sofort. So was mag ich gar nicht. Aber muss jeder selber entscheiden. Also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde so was mehr wie nervig. Aber, naja. So, herzlich willkommen auf meinem Let's Play Kanal, wo ich zum Beispiel Mario, Pokémon, Minecraft oder andere PC spiele. Let's playe. Mehr hat er nicht, okay. Mitglied seit dem 6.06.2012, also seit diesem Jahr, vier Monate. Und, ja, wollen wir mal gucken. Er hat hier Button, äh, Button Smash Games und Livestream. Ja, er hat mich schon ein paar Mal gefragt, ob ich mit im Livestream sein möchte. Hatte ich aber irgendwie nie Lust dazu. So, laufende Let's Plays. Pokémon Smaragd, Pokémon Schwarz 2 und Pokémon Weiß 2, äh, Livestream Let's Play. Okay. Okay. Also er hier hat mir auch mein Kanaldesign gemacht. Ja, hat er. Ähm, bin ich sehr zufrieden mit. Er hat mir auch für mein Pokémon Let's Play, ähm, so einen Hintergrund gemacht, wie man hier auch sieht zum Beispiel. So was hat er für mich gemacht. Klasse Arbeit auf jeden Fall. Und wir wollen natürlich weitermachen. Button Smash Games. Steht da. Und dann steht hier so nochmal, okay. Kanal von The Free Jazzer. Äh, okay. Hier noch drei andere. Den kennen wir natürlich. Free Jazzer. Da hab ich ja auch mitgemacht. So, zu dem Kanaldesign. Okay. Sehr schlicht und Pokémon gehalten. Nach dem neuen Pokémon Black & White 2. Sieht an sich ganz gut aus. Made by Phoenix Master. Eins. Ja, man sieht hier viele Pokémon Schwarz Edition. Nur davon. Aber wieso sind da eine Woche und hier ein Tag? Da bin ich jetzt überfragt. Aber ansonsten sieht man hier Uploads. Pokémon Smaragd. Livestream. Super Mario World. Speedrun. Yoshi Island 1.4. Okay. Und ja. Seine Videos sind klasse. Ich hab sie mir auch angeguckt. Und. Ja. Jeder muss halt selber wissen, ob er viel Pokémon gucken möchte. Denn hier ist er richtig. Sieht nice aus. Macht gute Arbeit. Und ja. In der kurzen Zeit. 83 Abonnenten. Ist nicht schlecht. Und ja. Playlisten. Allgemein hat er Pokémon Weiß 2. Äh. Bisch. Bisch. Äh. Ja. Keine Ahnung. Game Reviews. Pokémon Schwarz-Weiß. Pokémon Smaragd. Ach. Schwarz-Weiß sag ich schon. Pokémon Schwarz 2. Pokémon Smaragd. Und Minecraft Adventure Craft Maps. Die hab ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt. Hatte ich aber. Ach da. Nochmal vorgehabt. Um mir das alles einmal so richtig anzugucken. So. Minecraft spiele ich ja natürlich auch. Aber das hat ja jetzt eine Nebensache. So. Jetzt habt ihr ja auch eine andere Kanäle gesehen. Die werden auch noch vorgestellt. So. Ansonsten kann ich nur sagen. Wer Lust und Laune. Herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Part. Oh. Mann. Bleib aus da. Scheiß Mist Ding. Wer Lust und Laune hat sich Pokémon Schwarz 2 anzugucken. Oder halt andere Pokémon Edition so wie Smaragd. Oder Weiß im Livestream. Möge bitte Mr. Nightmare LP abonnieren. Und ja. Ansonsten war es das wieder von mir und der Kanalvorstellung hier von Mr. Nightmare LP. Und tschüss.